Der Teufelhof ist spannender, als du wahrscheinlich denkst. Lass dich kulinarisch verwöhnen. Zum Beispiel hier auf unserer wunderschönen Sommerterrasse. Unsere hausgemachte Glasse müssen wir probieren. Sie ist teuflisch gut. Und ein frisches Angebot findest du in unserer Kaffeebar zum Teufel. Mit unseren hauseigenen Spirituosen kannst du auch einen lokalen Trink nixen. Oder wie was mit einem Bier aus unserer hauseigen Brauerei. Am besten hier zu geniessen auf unserer Terrasse. Zum Schlafen haben wir aber etwas viel Besseres für dich. Hallo zusammen. Zum Beispiel hier im Galeriehotel mit wechselnden Ausstellungen. Oder im Kunsthotel mit von künstlergetalteten Zimmern. Oder ganz neu im Designhotelset. Am besten schnappst du doch eines von unseren E-Bikes. Wir können die E-Bikes im Fall auch für längere Fahrten brauchen. Hier im Set haben wir eine grosszügige Lobby mit urbaner Kunst. Super zum Arbeiten, eine lauschige Innenhof und ganz tolle Designzimmer. Und hier im Set haben wir auch ein neues und sehr gutes eingerichtetes Fitness, das man in aller Ruhe trainieren kann. Das alles und noch viel mehr können wir euch bieten. Und wenn du noch mehr erfahren möchtest, dann kannst du uns jederzeit kontaktieren. Jetzt nicht, jetzt nicht. Wir freuen uns auf den Sommer. Gebt mit euch, kommt vorbei. Wir freuen uns auf! ÜberhebEN! Wir freuen uns auf! Wir freuen uns auf! Wir freuen uns auf! Winden wir zumindest auf!